Hallo ihr Lieben, hier bei Grondos Museum mit dem Suzuki Chimney XC von 2018. Hier seht ihr kurz die Einstellung. Damit geht es zum Chimney Cup nach Sardinia Windmühlen. Zwei Ründchen mit Replay. Also wird eher kurz. Mal gespannt. Ich bin auf eine Weile jetzt nicht gefahren und mal eine Pause gebraucht. Also wird jeder dieceğimer Ruhe hier expanding. Wenn die Aus stephen können. Das schiebt dann raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bye-bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye-bye. 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 Bye-bye.